Ziemlich trickreich die Fußballer von Norwich City, hier Dennis S.R., Benny, links, und Onel Hernandez. Foto, Imago, Focus Images, neuster Psychotrick aus England, die Fußballer von Norwich City haben die Auswärtskabine pink gestrichen. Das soll den Testosteronspiegel bei den Gegnern senken, funktioniert aber nicht. Im American Football versuchen sie es mitunter mit schierer Muskelmasse, reißen sich vor dem Spiel das Trikot vom Leib, spannen den Peptorales an und lassen beim Aufwärmen auf dem Feld den Bizeps zucken. Doch das ist nur die Primärstufe des Imponiergehabes im Hochleistungssport. Eine Grundform, die sich ausbauen lässt, bis sie jene hohe künstlerische Reife erreicht, die man zum Beispiel im Rugby als Haka kennt. Den Haka, den rituellen Formationsstanz der Maori, führt Neuseelands Nationalteam, die All Blacks, in mehreren Choreografien zur Einschüchterung der Gegner auf. Variante 1, Carmade, ist bedrohlich genug, mit stampfenden Füßen und grimmigem Augenrollen. In Variante 2, Kapao Pango, uraufgeführt 2005 fährt sich der Kapitän zusätzlich suggestiv mit der Hand über die Kehle. Sowas wirbt im Sport. Das hat sich am Wochenende wieder gezeigt, als die All Blacks im Bledisle Cup in Sydney den Erzfeind Australien mit 38 zu 13 überrannten. Angeblich hat sich die Farbe in US-Gefängnissen bewährt, in Europa hat es der Traditionsstanz bedauerlicherweise nie in den Fußball geschafft. Ohnehin steht ein Teil des Publikums der blanken Kraftmeierei im Zeitalter von Rauschebart und Achtsamkeit gerade etwas skeptischer gegenüber. In Rotterdam beim Derby zwischen Fahil Nord und Excelsior sind am Sonntag zur Abwechslung keine Wüstenbeleidigungen, sondern Kuscheltiere von oben auf die unteren Tribünen geflogen. Kinder aus einem örtlichen Krankenhaus waren als Gäste im Stadion und Fans bei der Lager wollten die kleinen Zuschauer mit Teddys beschenken. Insofern sollte jeder Klub, der etwas auf sich hält, darauf achten, dass er auch bei strategischen Maßnahmen zur Negativ-Beeinflussung des Gegners immer schön hügelig, sprich entspannt gemütlich bleibt. Aus diesem Grund hat der englische Fußballzeitligist Norwich City nun die Umkleidekabine für die Auswärtsteams frisch gestrichen, und zwar in einem satten Pink. Das passt einerseits zu der Stadt Norwich mit dem mittelalterlichen Kern, die als Sinnbild für Hürger außerhalb von Dänemark durchgehen kann. Andersseits verfolgt der Klub sinistere Absichten mit der trickreichen Pinselei, denn Pink soll beruhigend auf die Psyche wirken und den Testosteronspiegel senken. Angeblich hat sich die Farbe in US-Gefängnissen bewährt. Auf dem Fußballrasen, so der Plan, soll den Gegnern die Aggression genommen werden, so dass sie im Mittelfeld den Ball verbummeln. Noch hat der Psycho-Trick nicht den erhofften Effekt gezeigt, nach zwei Heimspielen stehen ein Sieg und eine Niederlage zu Buche. Zur Not könnte es Norwich noch mit dem uralt Trick von Cambridge United versuchen. Die hatten in der gegnerischen Kabine einfach die Heizung bis zur Unerträglichkeit hochgedreht. Bilder Usain Bolt sprintet nicht mehr, er kickt jetzt bei den Central Coast Marinas, Michael Jordan wechselte zum Baseball und zwei Skispringer zum Motorsport. Eine Sammlung vielseitiger Sportler, mehr. Eine Sammlung vielseitiger Sportler, mehr. Eine Sammlung vielseitiger Sportler, mehr.